Willkommen zurück zu Let's Play Halo. Wir sind hier... Verstanden. Echo 419 im Anflug. Hat jemand einen Warthog angefordert? Wusstet nicht, dass Sie Hausbesuche machen, Frohämmer. Sie kennen unser Motto. Wir bringen's. So, ich werde hier jedes Mal unterbrochen, der gibt's ja gar nicht. Ähm, wir suchen den Kartografen. Der scheint hier irgendwie auf dieser Insel zu sein, wenn ich das richtig gerafft hab. Oh. Und es wird wieder gedüst. Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum. Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. So, jetzt wissen wir, was unsere Aufgabe ist. Den Kartenraum finden. Ach, den lass ich mal da. Weil ich auch ne Stunde nicht umbringe. Aber euch kleine Biester kann ich überfahren, ne? Ach, aber auch nicht. Wir sind hier. 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 Ähm, okay. Ja. Say no more. Ja. Jawoll. Haha. Mist. Da. In der Wand. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Das könnte natürlich möglich sein, aber warum kann man da auch noch nach unten? Komm schon. Guter Schuss. Guter Schuss. Ja. Na ja. Guter Schuss. Nein. Hältst du jetzt mal, erst mal rinkommen, ey? Nein, sie sollen erst mal rinkommen, ey. Geil. Da kann sie noch was lernen! Schön drangeven. Ist man natürlich leichte Beute. Ne? Und los! Wie schmeckt dir das? Was ist dann? Oh, du willst noch ein paar Kugeln anfangen? Ich glaube, hier sind wir noch eher zu Fuß rein, aber... Ich glaube, hier endet die Fahrt auch, oder? Komm ich da rein? Probieren kann man es ja. Yeah! Die Allianz gibt alles. Der Kartograf muss also hier sein. Sie dürfen die Tür nicht schließen. Mit schwerem Geschütz fahren wir jetzt sehr einfach hin. Äh. Wie war das? Sie dürfen die Tür nicht schließen? Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Kies. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteam. Ich bleibe in Schnellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp, abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keine aller Aktivität. Viel Glück, Leute. Gieß Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Tja, wenn ich wüsste, wo die ist. Und los! Was für ein Scheiß! Ich hoffe mal, hier sind wir dann richtig. Wo ist es das? Ach, ein Buggy. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Gebt mir einen Zielwinkel! Na super. Soll das der Pfad sein? Der will ich aber ja nicht lang. Ich lasse euch da mal erstmal alleine. Probier mal! Ausgezeichnet! Dort ist der Eingang zur Sicherheitsunterstation, aber wie es scheint, müssen wir einen anderen Weg nach oben suchen. Hä? Wo siehst du denn? Ach, da. Wo siehst du denn? Okay, da müssen wir wirklich da lang. Lieber hier hochfahren, bevor ich das Gerät noch kaputt mache. Jippie! Boah, der Ball hat aber auch gar nicht der Gunner hier, ey. Oh oh. Ich muss mich verkrümeln. Wie komme ich denn hier hoch hoch? Sperrfeuer! Oh, schon wieder so viel vom Schild runter. Scheinbar muss ich da zu Fuß hin. Und los! So eine Rotze. So was gibt's am Ende ihnen gezeigt. Oh! Gute Arbeit! Oh 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 oh. Bam! Oh, die Menschenkanone ist echt für den Popo. Oh, Leute. Keine Waffe. Keine Muni mehr. Oh, ey, Leute. Pause. Waffenruhe. Ja, da kommt Nachschub. Oder auch nicht. Oh, na toll. Na super, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Oh oh oh. Jetzt kommt die an die Laufen, oder? Schnell weg. Schnell weg. Der Ego muss gleich da sein. Der Ego muss gleich da sein. Hat sich die behobt? Töte. Wo ist der andere? Och, töte. Cool. So, auch noch den Sonderschild, die kreilt. Ähm. Ach, das war jetzt gar nicht weiter. Muss ich hier weiter lang. Oh, da tun man sich Gegner. Hallo. Fliehen ist nicht. Das sind ganz schön viele, ey. Oh oh. Na gut, dann kommt die MG wieder ran. Wie ich diese kleinen Fieslinge hatte. Zwei auch noch. So, wo muss ich denn jetzt weiter? Jetzt fahre ich hier unten. Gibt es hier irgendwie einen Seiten? Ah, da könnte ich vielleicht rein. Ne, das ist nur wieder ein Pfad. Na, noch einer. Also diese Zusatzschilde sind schon eine tolle Sache. Ich möchte da, ehrlich gesagt, nicht runter. Hm, das sieht verdächtig nach einer Falle aus. Oh, rote Punkte. Oh ne, nicht wieder Wächter. Ne, was sind das Jäger? Nicht Wächter. Oh Gott. Sind die jetzt beide da in der Ecke oder was? Oh, ja, 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 immer direkte Treffer hier. Okay, einer ist weg. Juhu. Beide down. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich hoffe, das war jetzt die Bewachung hier. Da, das ist dieser... Ist das der Kartenraum schon oder ist das der Kontrollraum? Mit holen Konsole, das Sicherheitssystem runterfahren. Mit was, wie, wo? Ist das die Konsole oder... Nö. Ah, du kommst aus wieder. Ähm. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Jetzt ist die Frage... Wo war er? Aktivieren Sie den Kartenraum, okay? Ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann.